In dem nun folgenden Spiel, ihr Lieben, seid ihr Gauner, die gerne Könige wehren. Schon wieder ein Hut. Ja, jetzt dürft ihr euch schon wieder bekrönen, aber wie ihr seht, ja, ist gut, aber vielleicht sogar mit diesen Dingen nach vorne, you should turn it around so that these things are in front. Oh, wow, das ist sexy. Aber wie ihr seht, hier sind jetzt keine Juwelen an der Krone. Und eure Aufgabe wird jetzt sein, aus dem Tower of London, die Juwelen, vielen Dank Thomas fürs Reintragen, die Juwelen zu klauen. Und zwar, kommt mal mit. So, ihr habt jetzt also diese Angeln hier. Bitte sehr. So, und dann geht ruhig da auf die Seite. Und hier sind die Kronjuwelen. Und eure Aufgabe ist jetzt diese Kronjuwelen da raus zu angeln und dann an eure Krone zu stecken. Und wer zuerst drei Juwelen in der Krone hat, hat gewonnen. Geil, oder? Hast du das verstanden, Wallace? Das ist deine Juwelen. Jetzt sind es noch meine, aber bald werden es eure sein. Und des perfides, es sind aber auch Nieten drin. Also nicht alles, was ihr jetzt fischt, wird eine Kronjuwelen sein. Okay? Wir probieren. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Bitte sehr. Das ist schon mal eine Niete hier. Das ist auch eine Niete. Weiterangeln. Ne, die gelten nicht. Those don't count. They're just, that's just rubbish. This is what counts. Er hat schon die erste Kronjuwelen hier. Jupp. Eins, eins. It's empty. Ah. Unfair. So. No. It's empty. Oops. Uh oh. You're too slow, Wallace. Put it on your, yeah, put it on your crown. Now you need to find. So maybe, maybe Wallace is faster, because it really needs to stick to your crown. Oh, that, go, go, that's two in one. Abadiza. Bing. He was faster. Okay.